Mehrere YouTube-Videos wurden diesem Mafia-Flüchtling zum Verhängnis. Der 53-jährige Italiener hatte Koch-Videos gepostet und dabei nicht auf seine Tätowierungen geachtet. Die führten internationale Ermittler auf seine Spur und am Montag dann zur Verhaftung in der Dominikanischen Republik. Der Verdächtige soll Mitglied der kalabrischen Mafia-Organisation Drangheta sein. Ein Richter ordnete 2014 seine Verhaftung wegen Drogenhandels an. Nach Angaben der Ermittler war der Mann vor fünf Jahren aus Costa Rica in die Dominikanische Republik übergesiedelt. Dort hatte er ein unauffälliges Leben geführt, inklusive einem YouTube-Kanal für italienisches Kochen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020